Ja und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix. Wir waren hier in diesem 3D Level stehen gewesen, mit der Aufgabe alle Münzen und Zaubertränke einzusammeln, um natürlich den Römern einem Schritt voraus zu sein. So und jetzt muss ich hier ein paar Mal hin und her, um zu gucken, was ich denn habe und was noch nicht. So, hier war keine Münze, hier war eine Tonne. So, hier war eine Tonne. Aber ich kann halt hier mein Bestes nur geben. So. Ach Gott, da drüben ist auch noch was. Ist hier noch was? Nein, hier ist nix. So, die rechte Seite lassen wir jetzt nochmal in Ruhe. Wir gehen nur runter. Da ist auch noch was. Genau, das lassen wir auch nochmal in Ruhe. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier, wo? Wollte ich doch was. Dann war das hier oben. Nein. Ja, hier verirrt man sich leicht. Ich muss eins weiter nach links. Ich muss nämlich direkt in den Untergrund. Und es wäre gut, dass hier genau, zack, da sind wir unten. Es wäre am besten erst, das hier zu nehmen und nicht das andere. So. Und hier ist auch gleich ein Zaubertrank. Dann kommen wir wieder raus. So, jetzt können wir auf der rechten Seite entlang spazieren. So, genau. So, wenn wir jetzt hier lang kommen, müsste uns jemand angreifen. Genau. Ja, bei diesen Römern, die mit ihren Speeren, wäre es gut, immer zu springen, weil die dann immer gerne angreifen, so wie jetzt gerade eben. Ja, und wenn man die richtige Taste drückt, kann man die halt dementsprechend auch werfen, so wie jetzt. Ich glaube, wie ich das jetzt gemacht habe, die Vierechte gedrückt halten. So, hier ist wieder ein Zaubertrank. Genau. Dann kommen wir hier wieder raus. Ja, und den Schlüssel, den wir vorhin eingesammelt haben, der öffnet praktisch diese Tür. Ja, und wenn ich da jetzt zurückgehen würde, dann kenne ich da raus, wo wir das Level begonnen haben. Und so, dorthin will ich ja nicht. Ich will da zum Ziel. So, hier auch wieder alles einsammeln. Die Kisten und Fässer zum Beispiel, die kann man natürlich auch aufheben und direkt, ja, direkt als Angriffswaffe nutzen gegen die Römer. Und hier kommen sie auch schon wieder. Ha, ausgewichen. So, jetzt versuche ich mal, den zu werfen. Genau. Zack. 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 So, jetzt sehe ich wieder die Leistung ist voll. Deshalb könnte ich die Römer jetzt mit einem Schlag versiegen, aber die kleinen Römer hier mit den Speeren, die sind eigentlich doch im Gegensatz zu den anderen leicht zu versiegen. Und deshalb lasse ich das jetzt mal. So, genau. Und hier sieht man jetzt die Weinanpulle. Ja, und wenn ich die mir jetzt schnappe, ist das Level beendet. Und ja, mal gucken, ob ich alles eingesammelt habe. Okay, ja, ich habe alle Münzen, Zaubertränke, okay. Das ist auch wieder gut gelaufen. Ja, und da würde ich jetzt natürlich auch wieder einen kleinen Bonus bekommen. Wir wollen nochmal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich hoffe, ich bekomme viel. 21, das ist schon mal echt gut. Das ist schon mal echt gut, auf jeden Fall. So, die Eins da oben werde ich, denke ich mal, die werde ich, denke ich mal, lassen. Wie gesagt, da sind überall nur Einsen. Ich meine, gut, die könnten sich jetzt verteilen. Das ist ein bisschen Risiko. Das ist ein bisschen Risiko. So, ich könnte jetzt mit diesen 21 schon mal weiterziehen, was ich auch tun werde. Dann werde ich jetzt einfach mal, dann werde ich jetzt einfach mal alle Einheiten, wobei, die Darn greifen, das ist auch nicht so gut. Hm, na gut, das ist jetzt wieder blöd. Das ist jetzt wieder blöd. Gut, wenn nicht, dann gehe ich einfach mal nach oben. Wobei, das sind dann nur vier Leute. Na gut, ich mach das jetzt mal. Ich nehme jetzt mal alle Einheiten und gehe direkt nach oben. Ja, und dann holen wir uns halt dieses Feld. Ja, Angriffe können wir keine weiteren machen. So, natürlich werde ich die hier wieder zurückbringen. Vier Einheiten lasse ich dort. So, dort sind ein... Ja, eine Einheit ist mal ein bisschen jetzt... Ich lasse das ja alles jetzt mal so. Also, was ich jetzt auf jeden Fall versuchen will, ich will versuchen erstmal hier diese zwei Level. Ich möchte zu diesem Wald gehen und zu diesem Römerlager. Und wie gesagt, ich habe das Spiel ja gestern erstmal durchgespielt, von daher weiß ich noch grob, wo diese Minispiele sind. Und hier steht ja 0 von 6, also diese sechs Minispiele muss ich auch für den Abschluss des Spiels auf jeden Fall spielen. Ich weiß auf jeden Fall, dass eins irgendwo hier oben war, genau. Deswegen versuche ich jetzt erstmal den Wald zu erobern, dann das Römerlager und dann halt dieses Feld dort. Und wenn ich das erstmal, wenn ich das alles erstmal so eingekachelt habe, eingekreist habe, dann können die hier in der Mitte dann, sind sie eigentlich eingesperrt und dann können sie großartig nicht mehr angreifen. Wie gesagt, Strategiespiel. Ja, und so auch mit Asterix kann ich jetzt großartig nichts mehr machen, deswegen mache ich einfach mal weiter. Ja, der verteilt die erstmal ein bisschen weit weg, ne, der verteilt die erst mal ein bisschen weit weg, ne, der verteilt die erst mal nichts mehr anhaben, im Moment nicht. So, der greift da an, mit dieser Einheit und, ja, da hat er sich zurückerobert. Mal gucken. Okay, die haben es überlebt. Und der greift das an. Das hat nichts gebracht. So, jetzt verteilt er die, drei, vier, und da. So, jetzt ist ja folgendes Problem. Man sieht ja, dass diese zwei Fälle von mir jetzt komplett abgeschottet sind. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel nichts verteilen. Ich muss erst dieses Feld zurückerobern, damit das alles wieder so funktioniert, wie ich will. Also werde ich das jetzt mal folgendermaßen machen. Ich werde, ich werde, ich werde, ich werde, was werde ich? Ich weiß es nicht. Ich könnte doch nach unten gehen, genau. Eiklasse das mal so. Ich werde alle Einheiten hier verteilen. So, dann werde ich hier weiterziehen. Dann werde ich das Feld zurückholen. Genau. Genau, dann bin ich nämlich hier wieder zu erreichen. Ja, und ich könnte jetzt halt verschiedene Dinge machen. Ich könnte halt nach unten gehen oder am besten nach oben. Aber hier habe ich vier Einheiten und da komme ich nicht weit. Na, was meine ich da jetzt? Dann kann ich eigentlich nur diese neuen hier nutzen. Dann mache ich das mal... Dann mache ich das mal folgendermaßen. Dann mache ich das mal auf zwei. Warte mal, ich muss ja auch da lang. Okay, ne, ich mache das jetzt mal auf zwei. Bring die da hin zurück. Jetzt kann ich noch einmal angreifen. Mit zehn Mann werde ich mir... Da sind zwei Mann, da sind zwölf. Das ist auch nicht gut. Deswegen sollte ich am besten... ...die eins holen. Genau. Dann werde ich, denke ich mal, als nächstes mir doch das Piraten... ...ja, die Piraten... ...statt hier erobern. Angriffe habe ich keine mehr übrig, genau. So, die eins ist da auch nicht wirklich sicher, aber... ...an der Stelle würde ich jetzt auch erstmal wieder alles so lassen. Da kann ich jetzt nichts großartig dran ändern. So. Okay, okay. Okay, das sieht jetzt schon mal... ...das sieht jetzt schon mal... ...nicht so schön aus. Okay. Ja, jetzt greift der volle Puller an. Okay, noch einigermaßen gut verteidigt. Es gilt halt, wie gesagt, diese 3D-Level auf jeden Fall immer... ...stark zu halten. Ja, dann... ...wern die zurückerobert von den Römern... ...naja, da muss man die halt nochmal machen. ...und, ähm... ...das sollte man natürlich dann im Spiel an sich verhindern. Wie gesagt, ich habe das Level hier jetzt mit einer Einheit besetzt, aber... ...gut, hier sind schon wieder zwei Einheiten, deswegen sollte ich die ein bisschen aufpeppen. ...wenn ich mal auf vier... ...die auf zwölf, genau, und ich werde mich jetzt einfach mal hier rum kümmern. ...werte hier alles besetzen. ...und... ...werte jetzt... ...werte jetzt mit diesen Einheiten... ...wobei ich werde mal... ...hmmm... ...ich mach's folgendermaßen... ...ich mach's folgendermaßen... ...bevor ich die Piraten... ...bevor ich die Piratenstadt angreife... ...mach ich erst mal einen Schnitt... ...genau... ...ich mach hier erst mal einen Schnitt und wir machen in der nächsten, ähm... ...wir machen in der nächsten Folge weiter und... ...versuchen dann die Piratenstadt zu erobern, also... ...würde ich mal sagen, bis denn!